Hallo, Sie wollen sich ja zu Hannah. Ja, wieso? Sie ist leider nicht da. Waren Sie da mit ihr verabredet? Nein, wie? Eigentlich schon. Tja, wenn Sie Lust haben, können wir gerne gemeinsam auf Sie warten. Bei einem Café. Tja, ich weiß nicht. Sie wird mit Sicherheit gleich kommen. Hannah nimmt sich immer tausend Sachen vor und wundert sich dann, wenn sie mit ihrer Zeit nicht hinkommt. Ach, ist das so, ja? Ja. Hallo, möchte ich was trinken? Ein Cappuccino, bitte. Für mich auch. Okay, bringe ich ein. Ja, wenn Hannah immer so viel vorhat, bleibt dann überhaupt Zeit für Sie? Oh, oh, ganz böses Thema. Es ist nicht immer einfach. Ach ja? Naja, wir beide arbeiten sehr viel. Ja, dann ist es ja schon fast ein Wunder, dass Sie sich überhaupt kennengelernt haben. Ja, das war ein ziemlicher Zufall. Oder sagen wir eher Schicksal? Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Jetzt machen Sie mich aber neugierig.